Hallo zusammen, guten Morgen. Heute startet um 17 Uhr der Crashkurs für Elastostatik. Was wollen wir in diesem Crashkurs durchnehmen? Und zwar den ebenen Spannungszustand. Wir behandeln die Koordinatentransformation und den Morschen Spannungskreis. Nach der Anmeldung erhaltet ihr gleich die Aufgabenstellung. Denkt daran um 17 Uhr. Ich freue mich auf euch.